Chemnitz am späten Nachmittag des 14. Januar 2011. Die Flut kommt. Seit Tagen regnet es nun schon ununterbrochen. Deshalb müssen alle Bürger so schnell sie können aus der Stadt flüchten. Selbst die Arnibusse sind überfüllt. Wie lange das Wasser noch steigen wird, ist ungewiss, denn die Meteorologen sagen weitere Regenfälle für die kommenden Tage voraus.